Ey, was macht ihr da? Fußballspielen. Ah, nö. Aber keine Karte, okay? Nur er... Was? Ey. Fünftes FIFA 16 Match und schon wieder rot. Aber für was denn? Naja, man muss auch dazu sagen, du bist wirklich von hinten. Ach Gottchen, das ist doch scheiße. Ja, liebe Freunde, wenn man einmal so richtig in FIFA-Fahrt gekommen ist, dann will man gar nicht mehr aufhören. Und von daher gibt es hier gleich den nächsten Kracher obendrauf. Manchester City gegen Manchester United. Und an meiner Seite ist natürlich Mike. Ja, moin, Leute. Auf geht's. Auf geht's. Ja, wir beide haben schon zwei FIFA-Schlachten hinter uns. Und mit Schlachten meine ich, rote Karten gab es und viele, viele Tore. Aber leider noch kein Sieger. Und das soll sich nun ändern. Denn ich habe einfach mal Bock, hier bei FIFA irgendwas zu gewinnen. Ja, was denn? Irgendwo ein Händeschlag kriegst du auch so. Nein, pass mal auf hier. Ach, du Mist. Das war ja gottenschlecht. Ja, und wenn, dann dachte ich hier, komm, ich muss einfach mal City spielen. Das sind meine Jungs von FIFA 13 noch. Ja, wo ist er denn, dein Liebling? Ja, wo ist er denn? Kommt man in die, da ist er ja. Wenn man ihn ruft, ist er direkt zur Stelle. Oha, was eine Hütte. Scheiße. Das Tor fällt auf der falschen Seite. Alter, ich flipp aus. Ja, also Mike liegt FIFA 16. Das muss ich leider sagen. Geiles Tor. Geiles Tor. Geiles Tor. Nach 5 Minuten. Habe ich hier schon auf Angriff gestellt? Ja. Wayne. Wayne interessiert es, aber richtig. Nee, nein, nein. Es ist mein fünftes FIFA 16 Match und ich werde nicht schon wieder als Verlierer vom Platz gehen oder hier mich mit einem Punkt zufrieden geben. Ich liebe Ecken, aber dann muss die natürlich auch reingehen. Also so circa, wir haben das vorhin mal so ein bisschen ausgerechnet. Jede dritte Ecke von mir landet im Tor. Die leider nicht. Okay, bleiben noch zwei. Ja, ja, ja. Bleiben noch zwei. Musst du jetzt eine To-Do-Liste anschaffen. Ja. Aus jedem dritten Eckball, jeden Eckball reinmachen. Oh, das kriege ich hin. Also zumindest eher als aus dem Spiel heraus zu treffen, denn da bin ich hier bei FIFA 16 grotenschlecht. Ah, Thomas wird schon. Die Probleme, die ich bei 15 hatte, hast du erst bei 16. Ja. Es wird Humor. Habe ich auch. Es wäre, ja, ich meine, es wäre schön, wenn ich meine roten Karten einfach in Tore ummünzen könnte. Ja, genau. Dann würde ich immer gewinnen. Ah, clever gemacht. Abgefälscht. Ja. Ich wollte mal einen Übersteiger probieren, aber irgendwie ist das gar nicht so einfach. Ja, also mit Tricks habe ich es hier noch gar nicht versucht. Müsste ich mir vielleicht auch mal ein bisschen ansehen, ein bisschen üben. Torwart. So nicht. Johart hat ihn. Oh, nee. Bang. Alter. Ja, komm. Ich meine, wir sind jetzt hier in der 16., 17. Minute. Das ist so eigentlich immer die Zeit, in der ich die erste rote Karte kassiere. Meine Güte. Wayne, du sollst ja nicht aus dem Stadion kicken. Ja, das hat er aber. Ja, aber hallo. Ja, Idee gut. Company. Na ja. Ey, was macht ihr da? Fußballspiel, ey. Ah, nö. Aber keine Karte, okay? Nur er... Was? Ey. Fünftes FIFA 16 Match und schon wieder rot. Aber für was denn? Naja, man muss auch dazu sagen, du bist wirklich von hinten fast in die Beine gegangen. Ach, Gottchen. Das ist doch scheiße. Schon wieder rot, ey. Ne, 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 Tom, ey. Jetzt versuche ich mal was ganz Verrücktes. Ey, das ist einfach... Ist einfach kacke. Jetzt ohne Witz. Ah, gar nicht mal schlecht. Ich will hier gewinnen und dann verliehe ich... Mann! Ständig nur Ball und die Spieler hier. Oh. Ah, das wäre es jetzt gewesen. So, Leute. Achtung. Danke. Kommt. Und... Hat... Hat ihn. Ich muss einfach versuchen, die Konzentration jetzt... oben zu halten. Ja, super. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich glaube ganz fest an euch. Ich bin überzeugt, dass wir hier... gewinnen können. Trotz einmal weniger. Mein Gott. Der Ofen ist dann wieder an. Das wissen wir. Bei FIFA 15 war das gar nicht so schlecht. Ach, scheiße. So, also jetzt brauchen wir erstmal Ballbesitz. Und dann brauchen wir ein paar knackige Schüsse. Und dann läuft das Ganze wieder. Ja, das wird schon. Ganz ruhig. So, her mit der Pille. Ich will hier keine Sekunde verschwenden. Und nun nicht verlieren. Naja. Also Mike, du schießt dich jetzt aber richtig warm, ne? Aber hallo, ey. Alle zwei Minuten. Acht Schüsse schon. Oh, acht Schüsse schon. Das hat mein Viertel, aber... Das heißt ja nichts, was die Schüsse angeht. Ey, ich... Ich komme hier gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte raus. Jetzt vielleicht mal. So, Freistoß. Ey, ich habe doch jetzt gemacht. Egal. Ja! Oh! Oh! Nicht, dass du mich so übelst erschrocken hast oder einen Auffall rückzieher. Wie hast du das gemacht? Ja, weiß ich nicht. Das sind einfach, äh, äh, Emotionen und Verzweiflung zusammen. Und dann kommt ein Tor. Boah! Company. Was jetzt abseits, ne? Äh, ja. Schade, aber endlich mal eine schöne Aktion oder sogar zwei. So muss es nun weitergehen. So und nicht Andreas. Gut gemacht. Gute Flanke. Kein Dropkick. Oh, schon wieder abseits. Oh. Aber jetzt, okay. Ich glaube, wir sind langsam eingespielt. Es wird besser. Es wird besser. Ja, ist abseits. Danke nochmal hier an die Regie. Genau. Oh, internationale Abseits-Regie. Ja. So, weiter geht's. Ah, man sieht schon, Tom kommt besser in die Partie rein. Jetzt kriegt langsam ein bisschen das Bammeln. Yo! Dann ist er drin. Eins zu eins. Es hat sich angedeutet. Und nun wurden wir belohnt. Klasse. Kunde, na geil. Okay. Der Motor läuft. Die rote Karte, die, äh, brennt noch. Hey, yo! Da ist er drin. Weiter so. Weiter so. Ach. Da liegt einer schon wieder am Boden. Habe ich schon wieder was gemacht? Nein. Alles bestens. Klasse. Klasse! Oh, du musst da nachsetzen. Och nee, der bleibt einfach nur stehen. Boah. Super. Das war wichtig. Das war wichtig. Fünf Minuten. Hey. Da sehen wir die fünf doch nochmal. Wahrscheinlich wegen der roten Karte und alles. Ja. Na ja. So, Lala. So, einen Angriff machen wir hier noch. Also vom Torwart kommt hier nichts an. Muss man leider so sagen. Oh! Da haben wir Glück gehabt. Wayne, Wayne, Wayne. Sein nächstes Traumtor. Oh, Glanzparade. Meine Güte. So. Jetzt eine knackige Ecke. Nein. Und dann. Das war's erstmal. Schmeiß den Ball weg. Ich bin über Pausentee. Also eins, zwei, eins. Oh, Mike. Deutlich überlegen. Aber ich mit mehr Ball besitze. Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, zwei Kämpfe doof. Fouls gleich. Geh. Keine rot. Abseits lege ich leider auch vorne. Schussgenauigkeit. Ja, da können wir uns beide noch steigern. Passgenauigkeit ist, ja, in Ordnung. So, in etwa gleich, ja. Gut. Respekt, 20 Minuten ohne rote Karte. Das ist doch schon ordentlich. Wow. Da muss man feiern. Machen wir hallo. So, alle noch fit. Das will ich doch schwer hoffen. Okay, jetzt ist es schon wieder ruhig. Alle holen sich hier noch eine Currywurst. Nein. Nein. Schimpf und Fisch. Schimpf und Schimpf. Ja, na klar. Ich weiß. Ich weiß. Ganz stark. Was ist... Aber jetzt habe ich... Ich wollte gerade sagen. Ich habe nicht gefoult. Was? Oh, nee. Oh, nee. Zweimal hergeschenkt. Zweimal hergeschenkt. Klasse gemacht. Klasse gemacht. Nun kommen wir in Fahrt hier. Los. Super vorgelegt. Und... Oh. Necke. Nein. Okay, dann schießen. Oh. Weil ich wusste, dass du wahrscheinlich daraus wieder ein Tor machen würdest. Wie viele Ecken? Hatte ich jetzt schon eine erst, ne? Was? Ich hatte erst eine Ecke, ne? Äh, ja. Und ich hatte schon vier. Gut gesehen. Oh, nein. Und dann sowas. Bitter. Gegenseitig wieder. Gestört. Und dann, ja. Schießt keiner richtig rauf. Klasse. Komm, zurück mit der Pille. Ecke. Ja, ja, ja. Zweite Ecke. Morling klärt. Oh. Ein bisschen zu doll. Ein bisschen zu doll. Das war ganz knapp. Da sagst du was. Hm. Super. Ja. Ja. Oh. Genauso sollte der eigentlich kommen. Und dann, ja, treffe ich ihn nicht. Hahaha. Oh. Oh mein Gott. Schade. Flughoffball. Nein. Oh. Ganz wichtiger Block. Da müsste er rangehen. Meine Güte. Super Pass. Nein. Nichts da. Nochmal. Oh. Also jetzt wird es hier richtig heiß. Noch eins zu eins. Ah. Die nächsten Tore fallen gleich. Die Frage ist nur, auf welcher Seite. Die Gastgeber aktuell am Drücker. Oh nein. Nicht verletzen. Ja, ja. Nö. War, 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 äh, clever. War so gut gemacht. Ich krieg hier noch einen Anfall, Mann. Ach, da sollte er nicht hin. Super. Aber leider steht da auch noch einer. Ja, sauber. Oh, super gesehen. Boah. Bist du den Schuss gesehen? Ja. Das war ja ein Strahl. Den Ball konnte man gar nicht mehr verfolgen. So schnell war der. Boah. Hey, liebe Zuschauer. Habt ihr das mitverfolgt? Das war ja mal was. Ja. Klasse. Mann, wir sind doch nicht beim Torverein. Aufstehen. Weiter machen. Oh, zu doll. Nein. Die Idee war super, Tom. Ja. Haben wir, haben wir, haben wir. Klasse. Und nun müssen wir einfach mal unsere Chancen hier in Tore ummünzen. Ah, super gemacht. Ach, scheiße. Oh, nee. So ein Fehler. Super. Ja. Ich auch. Wir schmeißen es jetzt hier überall rein. Weiter, 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 Jungs. Ihr macht das gerade nicht schlecht. Wir sind am Drücke. Boah, nun. Okay, das sehe ich ein. Hätte ich vielleicht sogar noch eine Sekunde weiterlaufen lassen. Eventuell wäre ich noch im Ballbesitz geblieben. Schade. Du hättest auch kurz ausführen können. Ja. Aber ich will den lieber rein machen. Oh. Nein. Runde Bälle. Meine Waffe. Aber leider bisher noch ohne Erfolg. Scheiße. Da hatte ich eine Idee, aber... Ja, das hatte ich mir gedacht. Ja. Ja, komm. Für die Außen. Wayne. Oh, oh. Super. Top-Flanke. Ja. Clever gemacht. Nun. Oh. Letzter Mann. Ja. Ich habe kein Schwein heute. Respekt, Mike. Das hast du gut abgeblockt. Ich wusste ungefähr, wo du hingehst. Ecke, komm. Man kann ja auch alles ohne Grätsche machen, indem man einen ganz normalen Zweikampf ausdönt. Nein, kann man nicht. Oh, das stimmt. Bei Tom muss man eine Ausnahme machen. Tada. Hey, hau mit den Schwalben. Was soll die Scheiße? Oh, mein Gott. Wir sind hier schon in der 83. Minute, wie die Zeit verfliegt. Und wir haben erst zwei Treffer gesehen. Das ist ja... Das ist... Das grenzt eine... A crisis. Ja. Krise pur. Und ich habe seit... Keine Ahnung. 40 Minuten keine rote Karte mehr bekommen. Meine Gott. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Ah. Mein erster Tausch ist in der zweiten Hälfte. Also, der auf den Mann geht. Jetzt. Ah. Verdammter Scheiße, Mann. Ich will jetzt gewinnen hier. Ja, was soll ich denn sagen, hä? Ich werde gewinnen. Du hast es deine Chance, ich bin vor 15. Jetzt bin ich dran. Oh, das war ein schlechter Schuss. Ja, schafft es halt nur eins. Superblock. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Und haben die nächste Möglichkeit. Oh. Aber es gibt eine Ecke. Es gibt eine Ecke. Und das ist die dritte Ecke. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Ja. Wir pfeifen gleich ab. Ja. Oh nein. Diesmal ist sie nicht drin. Zwei Minuten Nachspielzeit. Ja. Ja. Abseits. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, das waren jetzt die letzten Aktionen. Mike versucht es nochmal weit. Wir wären ab. Und dann bleibt der Ball wieder Mittelfeld hängen, ja Ey, es gibt es doch nicht Das fünfte Mal Das fünfte Mal, dass ich nicht gewinnen kann Ja, das ist echt bitter Da bin ich enttäuscht von meiner Leistung heute Ey, komm, du hast dich verloren Ja, pff Fünfmal rote Karten, fünfmal kein Sieg Das geht auch noch besser Aber blick nochmal auf dieses absolute Hammer-Tor von Wayne Rony Meine Fresse, was ein Strahl Hast du ganz toll gemacht Ah, die Musik im Hintergrund Ach, geil So, Leute, Spielinfo Boah, verdammte Scheiße Tore gleich, Schüsse, ich Schüsse aufs Tor, du Ballbesitz, du Zwei Kämpfe, du Falls, ich Gelbe, keine Rote, du Verletzung, null Abseits, du Ecken, ich Schussgenauigkeit, du Passgenauigkeit Gleich Oh Na, kein Wunder bei dem Mittelfeldgeplänkel Ich hatte drei Ecken Und eigentlich geht davon eine rein Diesmal hat es nicht geklappt Ihr wisst, was zu tun ist, ne? Haut ordentlich die Tasten Ich will mal ein paar Kommentare sehen Oh ja, genau Würde mich auch richtig freuen Und dann seid auch beim nächsten Mal dabei Tschüss, ciao und auf Wiedersehen Tschüss